Mein Name ist Marco Krämer. Ich bin im Kundenservice als technischer Support tätig. Der Edgebreaker 2200 entgratet und verrundet Bleche und Blechteile in einem Durchgang. Der Kunde hat die Möglichkeit mehrere Werkstücke in die Maschine einzuspeichern. Es ist einfacher, bedienerfreundlicher. Der Kunde weiß, die Maschine läuft jedes Mal mit der selben Einstellung. Man kann kleinere Teile entgraten, man kann dicke Teile entgraten. Aber vor allen Dingen kann man Teile entgraten und verrunden in einem Durchgang auf beiden Seiten. Und das ist ein sehr großer, positiver Vorteil. Man spart sich viel Zeit, wenn man die Teile nicht zweimal durch die Anlage durchlassen muss. Man hat in einem Durchgang beide Seiten bearbeitet, hat eine schöne Oberfläche, keinen Grad mehr an dem Bauteil und somit kann man das Bauteil schnell in die Weiterverarbeitung geben und kann hohe Stückzahlen produzieren. Die Maschine ermittelt den Verbrauch der Schleifmittel automatisch. Durch das patentierte Klickverfahren hat der Kunde die Möglichkeit, die Bürsten je nach Anforderungen zu tauschen oder zu wechseln. Der Edgebreaker 2200 ist sehr bedienerfreundlich, hat eine sehr gute Wartungsmöglichkeit, hohe Prozesssicherheit. Somit ist natürlich dem Kunden seine Anforderungen auch gut versorgt. Final democratische Anforderungen auf die Leitschmöglichkeit, hohe Prozesssicherheit, hohe Prozesssicherheit, hohe Prozesssicherheit und hohe Prozesssicherheit. Ausatmen ist diese Anforderungen an. Bem, das ist ein sehr guter St mahzlager, der sich in diese Zusammenfassung an. Begrüßte die Anforderungen aus Mal.